Vorlesernet Klassiker der Literatur E.T.A. Hoffmann Das steinerne Herz Jedem Reisenden, der bei guter Tageszeit sich dem Städtchen G von der südlichen Seite bis auf eine halbe Stunde Weges genähert, fällt der Landstraße rechts ein stattliches Landhaus in die Augen, welches mit seinen wunderlichen bunten Zinnen aus finstem Gebüsch blickend emporsteigt. Dieses Gebüsch umkränzte den weitläufigen Garten, der sich in weiter Strecke talabwärts hinzieht. Kommst du einmal, vielgeliebter Leser des Weges, so scheue weder den kleinen Aufenthalt deiner Reise noch das kleine Trinkgeld, das du etwa dem Gärtner geben dürftest, sondern steige fein aus dem Wagen und lass dir Haus und Garten aufschließen. Vorgebend, du hättest den verstorbenen Eigentümer des anmutigen Landsitzes, den Hofrat Reutlinger in G, recht gut gekannt. Im Grunde genommen kannst du dies als dann mit gutem Fug tun, wenn es dir gefallen sollte, alles, was ich dir zu erzählen eben im Begriffe stehe, bis ans Ende durchzulesen. Denn ich hoffe, der Hofrat Reutlinger soll dir als dann mit all seinem sonderbaren Tun und Treiben so vor Augen stehen, als ob du ihn wirklich gekannt hättest. Schon von außen findest du das Landhaus auf altertümliche, groteske Weise mit bunten, gemalten Zierraten verschmückt. Du klagst mit Recht über die Geschmacklosigkeit dieser zum Teil widersinnigen Wandgemälde, aber bei näherer Betrachtung weht dich ein besonderer, wunderbarer Geist aus diesen bemalten Steinen an, und mit einem leisen Schauer, der dich überläuft, trittst du in die weite Vorhalle. Auf den in Felder abgeteilten, mit weißem Gipsmarmor bekleideten Wänden erblickst du mit grellen Farben gemalte Arabesken, die in den wunderlichsten Verschlingungen Menschen und Tier gestalten, Blumen, Früchte, Gesteine darstellen und deren Bedeutung du ohne weitere Verdeutlichung zu ahnen glaubst. Im Saal, der den untern Stock in der Breite einnimmt und bis über den zweiten Stock hinaufsteigt, scheint in vergoldeter Bilderei alles das plastisch ausgeführt, was erst durch Gemälde angedeutet wurde. Du wirst im ersten Augenblick vom verdorbenen Geschmack des Zeitalters Ludwigs des Vierzehnten reden. Du wirst weitlich schmälen über das Barocke, überladene, grelle, Geschmacklose dieses Stils, aber bist du nur was Weniges meines Sinnes. Fehlt es dir nicht an reger Fantasie, welches ich allemal bei dir, mein gütiger Leser, voraussetze, so wirst du bald allen in der Tat gegründeten Tadel vergessen. Es wird dir so zumute werden, als sei die reglose Willkür nur das Kecke-Spiel des Meisters mit Gestaltungen, über die er unumschränkt zu herrschen wusste, dann aber, als verkette sich alles zur bittersten Ironie des irdischen Treibens, die nur dem tiefen, aber an einer Todeswunde kränkelnden Gemüt eigen. Ich rate dir, geliebter Leser, die kleinen Zimmer des zweiten Stocks, die wie eine Galerie den Saal umgeben und aus deren Fenstern man hinabschaut in den Saal, zu durchwandern. Hier sind die Verzierungen sehr einfach, aber hin und wieder stößest du auf deutsche, arabische und türkische Inschriften, die sich wunderlich genug ausnehmen. Du eilst jetzt nach dem Garten. Er ist nach altfranzösischer Art mit langen, breiten, von hohen Taxuswänden umschlossenen Gängen, mit geräumigen Bosketts angelegt und mit Statuen, mit Fontänen geschmückt. Ich weiß nicht, ob du, geliebter Leser, nicht auch den ernsten feierlichen Eindruck, den solch ein altfranzösischer Garten macht, mit mir fühlst, und ob du solch ein Gartenkunstwerk nicht der albernen Kleinigkeitskrämerei vorziehst, die in unseren sogenannten englischen Gärten mit Brückchen und Flüßlein und Tempelchen und Grötchen getrieben wird. Am Ende des Gartens trittst du in einen finstern Hain von Trauerweiden, Hängebirken und Weihmutskiefern. Der Gärtner sagt dir, dass dies Wäldchen, wie man es von der Höhe des Hauses hinabschauend, deutlich wahrnehmen kann, die Form eines Herzens hat. Mitten darin ist ein Pavillon von dunklem schlesischen Marmor in der Form eines Herzens erbaut. Du trittst hinein. Der Boden ist mit weißen Marmorplatten ausgelegt. In der Mitte erblickst du ein Herz in gewöhnlicher Größe. Es ist ein dunkelroter, in den weißen Marmor eingefugter Stein. Du büggst dich herab und entdeckst die in den Stein eingegrabenen Worte. Es ruht. In diesem Pavillon, bei diesem dunkelroten steinernen Herzen, das damals jene Inschrift noch nicht trug, standen am Tage Marie Geburt, das heißt am 8. September des Jahres 1800, ein großer, stattlicher, alter Herr und eine alte Dame, beide sehr reich und schön nach der Mode der 60er Jahre gekleidet. Aber, sprach die alte Dame, aber wie kam Ihnen, lieber Hofrat, denn wieder die bizarre, ich möchte lieber sagen, die schauervolle Idee, in diesem Pavillon das Grabmal ihres Herzens, das unter dem roten Stein ruhen soll, bauen zu lassen? Lassen Sie uns, erwiderte der alte Herr, lassen Sie uns, liebe geheime Rätin, von diesen Dingen schweigen, nennen Sie es das krankhafte Spiel eines wunden Gemüts, nennen Sie es, wie Sie wollen, aber erfahren Sie, dass, wenn mich mitten unter dem reichen Gut, das das hämische Glück wie ein Spielzeug dem einfältigen Kinder, das darüber die Todeswunden vergisst, mir zuwarf, der bitterste Unmut ergreift, wenn alles erfahrene Leid von Neuem auf mich zutritt, dass ich dann hier, in diesen Mauern, Trost und Beruhigung finde. Meine Blutstropfen haben den Stein so rot gefärbt, aber er ist eiskalt. Bald liegt er auf meinem Herzen und kühlt die verderbliche Glut, welche darin loderte. Die alte Dame sah mit einem Blick der tiefsten Wehmut herab zum steinernen Herzen und, indem sie sich etwas herabbückte, fielen ein paar große perlenglänzende Tränen auf den roten Stein. Da fasste der alte Herr schnell herüber und ergriff ihre Hand. Seine Augen erblitzten im jugendlichen Feuer. Wie ein fernes, mit Blüten und Blumen reich geschmücktes herrliches Land im schimmernden Abendrot lag eine längst vergangene Zeit voll Liebe und Seligkeit in seinen glühenden Blicken. »Julie, Julie! Und auch sie konnten dieses arme Herz so auf den Tod verwunden!« So rief der alte Herr mit von der schmerzlichsten Wehmut halberstickter Stimme. »Nicht mich«, erwiderte die alte Dame sehr weich und zärtlich, »nicht mich klagen sie an, Maximilian.« War es denn nicht ihr starrer, unversöhnlicher Sinn, ihr träumerischer Glaube an Ahnungen, an seltsame, unheilverkündende Visionen, der sie forttrieb von mir, und der mich zuletzt bestimmen musste, dem sanfteren, beugsameren Mann, der mit ihnen zugleich sich um mich bewarb, den Vorzug zu geben? Ach, Maximilian, sie mussten es ja wohl fühlen, wie innig sie geliebt wurden, aber ihre ewige Selbstqual, peinigte sie mich nicht bis zur Todesermattung? Der alte Herr unterbrach die Dame, indem er ihre Hand fahren ließ. »Oh, Sie haben recht, Frau Geheimerätin, ich muss alleine stehen. Kein menschliches Herz darf sich mir anschmiegen. Alles, was Freundschaft, was Liebe vermag, prallt wirkungslos ab von diesem steinernen Herzen.« »Wie bitter«, fiel die Dame dem alten Herrn in die Rede, »Wie bitter, wie ungerecht gegen sich selbst und andere sind sie, Maximilian!« Wer kennt sie denn nicht als den freigiebigsten Wohltäter der Bedürftigen, als den unwandelbarsten Verfechter des Rechts, der Billigkeit? Aber welches böse Geschick warf jenes entsetzliche Misstrauen in ihre Seele, das in einem Wort, in einem Blick, ja in irgendeinem von jeder Willkür unabhängigen Ereignis, Verderben und Unheil ahnet? »Hege ich denn nicht alles«, sprach der alte Herr mit weicherer Stimme und Tränen in den Augen, »hege ich denn nicht alles, was sich mir nähert mit der vollsten Liebe? Aber diese Liebe zerreißt mir das Herz, statt es zu nähren.« »Ha«, fuhr er mit erhöhter Stimme fort, dem unerforschlichen Geist der Welten gefiel es, mich mit einer Gabe auszustatten, die, mich dem Tode entreißend, mich hundertmal tötet. Gleich dem ewigen Juden sehe ich das unsichtbare Keinszeichen auf der Stirne des gleisnerischen Meuters. Ich erkenne die geheimen Warnungen, die oft, wie spielende Rätsel, der geheimnisvolle König der Welt, den wir Zufall nennen, uns in den Weg wirft. Eine holde Jungfrau schaut uns mit hellen, klaren Isis-Augen an, aber wer ihre Rätsel nicht löst, den ergreift sie mit kräftigen Löwentatzen und schleudert ihn in den Abgrund. »Noch immer«, sprach die alte Dame, »noch immer diese verderblichen Träume. Wo blieb der schöne, artige Knabe, ihres jüngeren Bruders Sohn, den sie vor einigen Jahren so liebreich aufgenommen, in dem so viele Liebe und Trost für sie aufzukeimen schien. Den«, erwiderte der alte Herr mit rauer Stimme, »den habe ich verstoßen. Es war ein Bösewicht, eine Schlange, die ich mir zum Verderben im Busen näherte.« »Ein Bösewicht? Der Knabe von sechs Jahren?«, fragte die Dame ganz bestürzt. »Sie wissen«, fuhr der alte Herr fort, »die Geschichte meines jüngeren Bruders. Sie wissen, dass er mich mehrmals auf bübische Weise täuschte, dass alles brüderliche Gefühl in seiner Brust ertötend ihm jede Wohltat, die ich ihm erzeigte, zur Waffe gegen mich diente. An ihm, an seinem rastlosen Streben lag es nicht, dass nicht meine Ehre, meine bürgerliche Existenz verloren ging. Sie wissen, wie er vor mehreren Jahren in das tiefste Elend versunken zu mir kam, wie er mir Änderung seiner verworrenen Lebensweise, wiedererwachte Liebe heuchelte, wie ich ihn hegte und pflegte, wie er dann seinen Aufenthalt in meinem Hause nutzte, um gewisse Dokumente, doch genug davon. Sein Knabe gefiel mir, und diesen behielt ich bei mir, als der Schändliche, nachdem seine Ränke, die mich in einen, meine Ehre vernichtenden Kriminalprozess verwickeln sollten, entdeckt worden fliehen musste. Ein warnender Wink des Schicksals befreierte mich von dem Bösewicht. Und dieser Wink des Schicksals war gewiss einer ihrer bösen Träume, so sprach die alte Dame, doch der alte Herr fuhr fort, »Hören Sie, urteilen Sie, Julie. Sie wissen, dass meines Bruders Teufelei mir den härtesten Stoß gab, den ich erlitten. Es sei denn, dass...« Doch still davon. Mag es sein, dass ich der Seelenkrankheit, die mich befallen, den Gedanken zuschreiben muss, mir in diesem Wäldchen eine Grabstätte für mein Herz bereiten zu lassen. Genug, es geschah. Das Wäldchen war in Herzform angepflanzt, der Pavillon erbaut, die Arbeiter beschäftigten sich mit der Marmorthäfelung des Fußbodens. Ich trete hinan, um nach dem Werk zu sehen. Da bemerke ich, dass in einiger Entfernung der Knabe, so wie ich, Max geheißen, etwas hin- und herkugelt unter allerlei tollen Boxsprüngen und lautem Gelächter. Eine finstere Ahnung geht durch meine Seele. Ich gehe los auf den Knaben und erstarre, als ich sehe, dass es der rote, herzförmig ausgearbeitete Stein ist, der zum Einlegen in dem Pavillon bereit lag, den er mit Mühe herausgekugelt hat und mit dem er nun spielt. »Bube, du spielst mit meinem Herzen wie dein Vater!« Mit diesen Worten stieß ich ihn voll abscheu von mir, als er sich weinend mir nahte. Mein Verwalter erhielt die nötigen Befehle, ihn fortzuschaffen. Ich habe den Knaben nie wieder gesehen. »Entsetzlicher Mann!« rief die alte Dame, die aber der alte Herr sich höflich verbeugend und mit den Worten »des Schicksals große Grundstriche fügen sich nicht dem feinen Nonpareil der Damen«, unter dem Arm fasste und aus dem Pavillon hinausführte durch das Wäldchen in den Garten. Der alte Herr war der Hofrat Reutlinger, die alte Dame aber die geheime Rätin Fürth. Der Garten bot das allermerkwürdigste Schauspiel dar, was man nur sehen konnte. Eine große Gesellschaft alter Herren, geheime Räte, Hofräte und andere nebst ihren Familien aus dem benachbarten Städtchen hatte sich versammelt. Alle. Selbst die jungen Leute und Mädchen waren ganz streng nach der Mode des Jahres 1760 gekleidet, mit großen Perücken, gesteiften Kleidern, hohen Frisuren, Reifrücken und so weiter, welches denn umso mehr einen wunderlichen Eindruck machte, als die Anlagen des Gartens ganz zu jenem Kostüm passten. Jeder glaubte sich wie durch einen Zauberschlag in eine längst verflossene Zeit zurückversetzt. Der Maskerade lag eine wunderliche Idee Reutlingers zum Grunde. Er pflegte alle drei Jahre, am Tage Mariei Geburt, auf seinem Landsitz das Fest der alten Zeit zu feiern, wozu er alles aus dem Städtchen, was nur kommen wollte, einlud. Jedoch war es unerlässliche Bedingung, dass jeder Gast sich in das Kostüm des Jahres 1760 werfen musste. Jungen Leuten, denen es lästig gewesen sein würde, der gleichen Kleider herbeizuschaffen, half der Hofrat aus mit seiner eigenen reichen Garderobe. Offenbar wollte der Hofrat diese Zeit hindurch, das Fest dauerte zwei bis drei Tage, in Rückerinnerungen der alten Jugendzeit recht schwelgen. In einer Seitenallee begegneten sich Ernst und Willibald. Beide sahen sich eine Weile schweigend an und brachen dann in ein helles Gelächter aus. »Du kommst mir vor«, rief Willibald, »wie der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Kavalier. Und mich düngt«, erwiderte Ernst, »ich hätte dich schon in der asiatischen Bernese erblickt.« Aber in der Tat fuhr Willibald fort, »des alten Hofratseinfall ist so übel nicht.« Er will nun einmal sich selbst mystifizieren. Er will eine Zeit hervorzaubern, in der er wahrhaft lebte. Ungeachtet er noch jetzt ein munterer, starker Greis mit unverwüstlicher Lebenskraft und herrlicher Frischheit des Geistes, an Erregbarkeit und fantasiereicher Laune es manchem vor der Zeit abgestumpften Jünglinge zuvortut. Er darf nicht dafür sorgen, dass jemand in Wort und Gebärde aus dem Kostüm falle, denn dafür steckt jeder eben in den Kleidern, die ihm das ganz unmöglich machen. Sieh nur, wie jüngferlich und zünferlich unsere jungen Damen in ihren Reifrücken einhertrippeln, wie sie sich des Fächers zu bedienen wissen. Wahrhaftig, mich selbst ergreift unter der Perücke, die ich auf meinen Titus gestülpt, ein ganz besonderer Geist, altertümlicher Courtoisie, da ich eben das allerliebste Kind des geheimen Rates Fört, jüngste Tochter, die holde Julia, erblicke. So weiß ich gar nicht, was mich abhält, mich ihr in demütiger Stellung zu nahen und mich also zu applizieren und explizieren. Allerschönste Julia, wenn wird mir doch die längst gewünschte Ruhe durch deine Gegenliebe gewährt werden. Es ist ja unmöglich, dass den Tempel dieser Schönheit ein steinerner Abgott bewohnen könne. Den Marmor bezwingt der Regen und der Diamant wird durch schlechtes Blut erweichet. Dein Herz will aber einem Ambosse gleichen, welches sich nur durch Schläge verhärtet. Je mehr nun mein Herz klopft wird, je unempfindlicher wirst du. Lass mich doch das Ziel deines Blicks sein, schaue doch, wie mein Herz kocht und meine Seele nach der Erquickung lechzet, welche aus deiner Anmut quillt. Ach, willst du mich durch Schweigen betrüben, unempfindliche Seele? Die toten Felsen antworten ja den Fragenden durch ein Echo und du willst mich trostlosen keiner Antwort würdigen. Oh, Allerschönste, ich bitte dich, unterbrach hier Ernst den Freund, der mit dem wunderlichsten Gebärdenspiegel das alles gesprochen, ich bitte dich halt ein. Du bist nun einmal wieder in deiner tollen Laune und merkst nicht, wie Julie, erst sich uns freundlich nähernd, mit einem Mal ganz scheu ausbog. Ohne dich zu verstehen, glaubt sie, gewiß so wie alle, in gleichem Fall, schonungslos von dir bespöttelt zu sein, und so bewährst du deinen Ruf als eingefleischten ironischen Satan und ziehst mich, neuen Ankömmling, ins Unglück, denn schon sprechen alle mit zweideutigem Seitenblick und bittersüßem Lächeln. Es ist Willibalds Freund. Lass es gut sein, sprach Willibald. Ich weiß es ja, dass viele Leute, zumal junge, hoffnungsvolle Mädchen von sechzehn, siebzehn Jahren, mir sorglich ausweichen, aber ich kenne das Ziel, wohin alle Wege führen, und weiß auch, dass sie dort mir begegnend oder vielmehr mich wie im eigenen Haus angesiedelt treffen, recht mit vollem, freundlichen Gemüt mir die Hand reichen werden. Du meinst, sprach Ernst, eine Versöhnung wie im ewigen Leben, wenn der Drang des Irdischen abgeschüttelt. Oh, ich bitte dich, unterbrach ihn Willibald, lass uns doch gescheit sein und nicht alte, längst besprochene Dinge aufs Neue und gerade zur ungünstigsten Stunde aufführen. Ungünstig für derlei Gespräche nenne ich nämlich deshalb eben diese Stunden, weil wir gar nichts Besseres tun können, als uns dem seltsamen Eindruck alles des Wunderlichen, womit uns Reutlingers Laune wie in einen Rahmen eingefasst hat, hingeben. Siehst du wohl jenen Baum, dessen ungeheure weiße Blüten der Wind hin und her schüttelt? Kaktus Grandiflorus kann es nicht sein, denn der blüht nur mitternachts, und ich spüre auch nicht das Aroma, welches sich bis hierher verbreiten müsste. Weiß der Himmel, welchen Wunderbaum der Hofrat wieder in sein Tusculum verpflanzt hat. Die Freunde gingen auf den Wunderbaum los und wunderten sich in der Tat nicht wenig, als sie einen dicken, dunklen Holunderbusch trafen, dessen Blüten nichts anders waren als hineingehängte, weißgepuderte Perücken, die mit ihren daran gehängten Haarbeuteln und Zöpfchen ein kurioses Spielzeug des launigten Südwinds auf- und niederschaukelten. Lautes Lachen verkündete, was hinter den Büschen verborgen. Eine ganze Gesellschaft alter, gemütlicher, lebenskräftiger Herren hatte sich auf einem breiten, von buntem Buschwerk umgebenen Rasenplatz versammelt. Die Röcke ausgezogen, die lästigen Perücken in den Holunder gehängt, schlugen sie Ballon. Aber niemand übertraf den Hofrat Reutlinger, der den Ballon bis zu einer unglaublichen Höhe und so geschickt zu treiben wusste, dass er jedes Mal dem Gegenspieler schlaggerecht niederfiel. In dem Augenblick ließ sich eine abscheuliche Musik von kleinen Pfeifen und dumpfen Trommeln hören. Die Herren endeten schnell ihr Spiel und griffen nach ihren Röcken und Perücken. »Was ist denn das nun wieder?« sprach Ernst. »Ich wette,« erwiderte Willi bald, »der türkische Gesandte zieht ein.« »Der türkische Gesandte?« frug Ernst ganz erstaunt. »So nenne ich,« fuhr Willi bald fort, »den Baron von Exter, der sich in G. aufhält und den du noch viel zu wenig gesehen hast, um in ihm nicht eins der wunderlichsten Originale zu erkennen, die es geben mag. Er ist ehemals Gesandter unseres Hofes in Konstantinopel gewesen und noch immer sonnt er sich in dem Reflex dieser wahrscheinlich genussreichsten Frühlingszeit seines Lebens. Seine Beschreibung des Palastes, den er in Pera bewohnte, erinnert an die diamantnen Feenpaläste in Tausend und einer Nacht und seine Lebensweise an den weisen König Salomo, dem er auch darin gleichen will, dass er sich wirklich der Herrschaft über unbekannte Naturkräfte rühmt. In der Tat hat dieser Baron Exter seiner lügnerischen Prahlerei, seiner Scharlatanerie unerachtet doch etwas Mystisches, das mich wenigstens in drolligem Abstich mit seiner äußern, etwas skurrilen Erscheinung oft wirklich mystifiziert. Davon, ich meine von seinem wirklich mystischen Treiben geheimer Wissenschaften, rührt auch seine enge Verbindung mit Reutlingern her, der diesem Wesen ganz ergeben ist mit Leib und Seele. Beide sind wunderliche Träumer, aber jeder auf seine Weise, übrigens aber entschiedene Mesmayaner. Unter diesem Gespräch waren die Freunde bis an des Gartens großes Gattertor gelangt, durch welches soeben der türkische Gesandte einzog. Ein kleiner, rundlicher Mann mit einem schönen türkischen Pelz und hohem, aus farbichten Schals, aufgewickeltem Turban angetan. Aus Gewohnheit hatte er sich aber nicht von der eng anschließenden Zopfperücke mit kleinen Löckchen aus Bedürfnis nicht von den filzenden Podachristenstiefeln trennen können, wodurch freilich das türkische Kostüm schwer verletzt wurde. Seine Begleiter, die das abscheuliche musikalische Geräusch machten und in denen Willibald trotz der Vermummung Ethers Koch und anderes Hausgesinde erkannte, waren zu Mohren angerußt und trugen spitze bemalte Papiermützen, den San Benitos nicht unähnlich, welches drollig genug aussah. Den türkischen Gesandten führte am Arm ein alter Offizier, nach seiner Tracht von irgendeinem Schlachtfelde des Siebenjährigen Krieges erwacht und erstanden. Es war der General Rixendorf, Kommandant von G., der dem Hofrat zu gefallen samt seinen Offizieren sich in das alte Kostüm geworfen hatte. »Salama Milek«, sprach der Hofrat, den Baron Exter umarmend, der sofort den Turban abnahm und ihn wieder auf die Perücke stülpte, nachdem er sich den Schweiß von der Stirne mit einem ostindischen Tuch weggetrocknet. In dem Augenblick bewegte sich auch in den Zweigen eines Spätkirschenbaums der goldstrahlende Fleck, den Ernst schon lange betrachtet hatte, ohne enträtseln zu können, was da oben sitze. Es war bloß der geheime Kommerzienrat Harscher in einem goldstoffenen Ehrenkleide, ebensolchen Beinkleidern und Silberstoffner mit blauen Rosenbuketts bestreuter Weste, der nun sich aus den Blättern des Kirschbaums entwickelte und für sein Alter behende genug auf der angelehnten Leiter herabstieg und mit ganz feiner, etwas quäkender Stimme singend oder vielmehr kreischend dem türkischen Gesandten in die Arme eilte. Der Kommerzienrat hatte seine Jugendzeit in Italien zugebracht, war ein großer Musikus und wollte noch immer mittels eines lang geübten Falsets singen wie Farinelli. »Ich weiß«, sprach Willibald, »dass Harscher sich die Taschen mit Spätkirschen vollgestopft hat, die er, irgendein Madrigal süß lamentierend, den Damen präsentieren wird. Da er aber wie Friedrich II. den Spanjol ohne Dose in der Tasche ausgeschüttet trägt, wird er mit seiner Galanterie nur widerwilliges Ablehnen und finstere Gesichter einernten. Überall war nun der türkische Gesandte sowie der Held des siebenjährigen Krieges mit Freude und Jubel empfangen worden. Letzterer wurde von Julchen Fört mit kindlicher Demut begrüßt. Tief beugte sie sich vor dem alten Herrn und wollte ihm die Hand küssen. Da sprang aber der türkische Gesandte wild dazwischen, rief, »Narrheiten, tolles Zeug«, umarmte Julchen mit Heftigkeit, wobei er dem Kommerzienrat Harscher sehr hart auf die Füße trat, der aber vor Schmerz nur ein ganz klein wenig miaute und rannte dann mit Julchen, die er unter den Arm gefasst, davon. Man sah, dass er sehr eifrig mit den Händen focht, den Turban auf- und abstülpte und so weiter. Was hat der Alte mit dem Mädchen vorsprach Ernst? In der Tat, erwiderte Willibald, »Es scheint Wichtiges, denn ist extra gleich des Mädchens Pate und ganz vernarrt in sie, so pflegt er doch nicht sogleich aus, der Gesellschaft mit ihr davonzulaufen.« In dem Augenblick blieb der türkische Gesandte stehen, streckte den rechten Arm weit von sich und rief mit starker Stimme, dass es im ganzen Garten wiederhallte, »Aport!« Willibald brach in ein lautes Gelächter aus. »Wahrhaft«, sprach er dann, »es ist weiter nichts, als dass Exter Julian zum tausendsten Mal die merkwürdige Geschichte vom Seehunde erzählt.« Ernst wollte diese merkwürdige Geschichte durchaus wissen. »Erfahre denn«, sprach Willibald, »dass Exters Palast dicht am Bosporus lag, so dass Stufen von dem feinsten kararischen Marmor hinabführten ins Meer. Eines Tages steht Exter auf der Galerie, in die tiefsinnigsten Betrachtungen versunken, aus denen ihn ein durchdringender, gellender Schrei hinausreißt. Er schaut hinab, und siehe, ein ungeheurer Seehund ist aus dem Meere hinaufgetaucht und hat einem armen türkischen Weibe, die auf den Marmorstufen saß, den Knaben von dem Arm hinabgerissen, mit dem er eben abfährt in die Meereswellen. Exter eilt hinab, das Weib fällt ihm trostlos weinend und heulend zu Füßen. Exter besinnt sich nicht lange, er tritt dicht ans Meer, auf die letzte Stufe, streckt den Arm aus und ruft mit starker Stimme, »Aport!« Sogleich steigt der Seehund aus der Tiefe des Meeres, im weiten Maule den Knaben, den er zierlich und geschickt, wie auch ganz unversehrt, dem Magier überreicht und so dann, jedem Dank ausweichend, sich wieder entfernt, in das Meer niedertaucht. »Das ist stark! Das ist stark!« rief Ernst. »Siehst du wohl,« fuhr Willibald fort, »siehst du wohl, wie Exter jetzt einen kleinen Ring vom Finger zieht und ihn Julien zeigt? Keine Tugend bleibt unbelohnt. Außerdem, dass Exter dem türkischen Weibe den Knaben gerettet hatte, so beschenkte er sie noch, als er vernahm, dass ihr Mann, ein armer Lastträger, kaum das tägliche Brot zu verdienen vermochte, mit einigen Juwelen und Goldstücken, freilich nur eine Lumperei, höchstens 20.000 bis 30.000 Thaler anwert. Darauf zog das Weib einen kleinen Saphir vom Finger und drang ihn extern auf, mit der Versicherung, es sei ein teures, ererbtes Familienstück, das nur durch Exters Tat gewonnen werden könne. Exter nahm den Ring, der ihm von geringem Werte schien, und erstaunte nicht wenig, als er später durch eine kaum sichtbare arabische Inschrift an des Ringes Reif belehrt wurde, das er des großen Ali Siegelring am Finger trage, mit dem er jetzt zuweilen Mohameds Tauben heranlockt und mit ihnen konversiert. »Das sind ganz erstaunliche Dinge«, rief Ernst lachend, »doch lass uns sehen, was dort in dem geschlossenen Kreise vorgeht, in dessen Mitte ein klein Ding wie ein kartesianisches Teufelchen auf- und niedergaukelt und kinkilliert.« Die Freunde traten auf einen runden Rasenplatz. Ringsumher saßen alte und junge Herren und Damen, in der Mitte sprang ein sehr bunt gekleidetes, kaum vier Fuß hohes Dämchen mit einem etwas zu großen Apfelköpfchen umher und schnippte mit den Fingerchen und sang mit einem ganz kleinen, dünnen Stämmchen »Amenévo, Troupeau Berger«. »Solltest du wohl glauben«, sprach Willibald, »dass dies putzige Figurchen, die so überaus naiv und charmant tut, Juliens ältere Schwester ist. Du merkst, dass sie leider zu den Weibern gehört, die die Natur mit recht bitterer Ironie mystifiziert, indem sie, trotz alles Sträubens zu ewiger Kindheit verdammt, vermöge ihrer Figur und ihres ganzen Wesens im Alter noch mit jener kindischen Naivität kokettierend sich und anderen herzlich zur Last werden müssen, wobei es denn oft an gehöriger Verhöhnung nicht mangelt.« Beiden Freunden wurde das Dämchen mit ihrer französischen Faselei recht fatal. Sie schlichen daher fort, wie sie gekommen, und schlossen sich lieber an den türkischen Gesandten an, der sie fortführte in den Saal, wo eben, da die Sonne schon niedersank, alles zu der Musik vorbereitet wurde, die man heute zu geben im Sinne hatte. Der österleinische Flügel wurde geöffnet und jedes Pult für die Künstler an seinen Ort gestellt. Die Gesellschaft sammelte sich nach und nach, Erfrischungen wurden herumgereicht in altem, reichen Porzellan. Dann ergriff Reutlinger eine Geige und führte mit Geschicklichkeit und Kraft eine Sonate von Corelli aus, wozu ihn der General Rixendorf auf dem Flügel begleitete. Dann bewährte sich der goldstoffene Harscher als Meister auf der Theorbe. Hierauf begann die Geheimerätin Föhrt eine große italienische Szene von Anfossi mit seltenem Ausdruck. Die Stimme war alt, tremulierend und ungleich, aber noch wurde alles dieses durch die ihr eigene Meisterschaft des Gesanges besiegt. In Reutlingers verklärtem Blick glänzte das Entzücken längst vergangener Jugend. Das Adagio war geendet, Rixendorf begann das Allegro, als plötzlich die Tür des Saales aufgerissen wurde und ein junger, wohlgekleideter Mensch von hübschem Ansehen ganz erhitzt und atemlos hinein und zu Rixendorfs Füßen stürzte. »O Herr General, Sie haben mich gerettet, Sie allein, es ist alles gut, alles gut, oh mein Gott, wie soll ich Ihnen denn danken?« So schrie der junge Mensch wie außer sich. Der General schien verlegen, er hob den jungen Menschen sanft auf und führte ihn mit beschwichtigenden Worten heraus in den Garten. Die Gesellschaft war von dem Auftritt überrascht worden. Jeder hatte in dem Jüngling den Schreiber des Geheimen Rates Föhrt erkannt und schaute diesen mit neugierigen Blicken an. Der nahm aber eine Prise nach der anderen und sprach mit seiner Frau Französisch, bis er endlich, da ihm der türkische Gesandte näher auf den Leib rückte, rundheraus erklärte, »Ich weiß, hochzuverehrende, durchaus mir nicht zu erklären, welcher böse Geist meinen Max hier so plötzlich mit exaltierten Danksagungen hineingeschleudert hat, werde aber sogleich die Ehre haben.« Damit schlüpfte er zur Türe heraus und Willibald folgte ihm auf dem Fuße. Das dreiblattrige Kleeblatt der Föhrtschen-Familie, nämlich die drei Schwestern, Nanette, Clementine und Julie, äußerten sich auf ganz verschiedene Weise. Nanette ließ den Fächer auf- und niederrauschen, sprach von »Étourderie« und wollte endlich wieder singen »Amené vos troupeaux«, worauf aber niemand achtete. Julie war abseits in den Winkel getreten und der Gesellschaft den Rücken zugewendet, war es, als wolle sie nicht allein ihr glühendes Gesicht, sondern auch einige Tränen verbergen, die ihr, wie man schon bemerkt, in die Augen getreten. Freude und Schmerz verwunden mit gleichem Weh die Brust des armen Menschen, aber färbt der dem verletzenden Dorn nachquillende Blutstropfe nicht mit höherem Rot die verbleichende Rose? So sprach mit vielem Pathos die Jean-Polisierende Clementine, in dem sie verstohlen die Hand eines hübschen, jungen, blonden Menschen fasste, der gar zu gern sich aus den Rosenbanden, womit ihn Clementine bedrohlich umstrickt und in denen er etwas zu spitze Dornen verspürt hatte, losgewickelt. Der lächelte aber etwas fade und sprach nur »Oh ja, Beste«. Dabei schielte er nach einem seitwärts stehenden Glase Wein, welches er gern auf Clementines sentimentalen Spruch gelehrt. Das ging aber nicht, da Clementine seine linke Hand festhielt, er aber mit der rechten soeben das Besitztum eines Stücks Kuchen ergriffen. In dem Augenblick trat Willibald zur Saaltür herein und alles stürzte auf ihn zu mit tausend Fragen wie, was, warum und woher. Er wollte durchaus nichts wissen, zog aber ein verschmitzteres Gesicht als jemals. Man ließ nicht ab von ihm, weil man deutlich bemerkt, dass er im Garten sich mit dem Geheimen Rat Fürth zum General Rixendorf und zum Schreiber Max gesellt und heftig mitgesprochen hatte. »Soll ich denn«, fing er endlich an, »soll ich denn in der Tat die wichtigste aller Begebenheiten vor der Zeit ausplaudern, so muß es mir vergönnt werden, zuvörderst an Sie, meine hoch zu verehrenden Damen und Herren, einige Fragen zu richten.« Man erlaubte das gern. »Ist Ihnen«, fuhr Willibald nun pathetisch fort, »ist Ihnen nicht allen der Schreiber des Herrn Geheimen Rat Fürth, Max geheißen, als ein wohlgebildeter, von der Natur reichlich ausgestatteter Jüngling bekannt? »Ja, ja, ja«, rief der Chor der Damen. »Ist Ihnen«, frug Willibald weiter, »ist Ihnen nicht sein Fleiß, seine wissenschaftliche Bildung, seine Geschicklichkeit im Geschäft bekannt? »Ja, ja«, rief der Chor der Herren. Und wieder »Ja, ja, ja«, der vereinigte Chor der Herren und Damen, als Willibald noch frug, ob Max nicht weiter als der aufgeweckteste Kopf voller Possen und Schnurren sowie endlich als solch geschickter Zeichner bekannt sei, dass Rixendorf, der als Dilettant in der Malerei Ungewöhnliches leiste, es nicht verschmäht habe, selbst ihm zweckmäßigen Unterricht zu erteilen. »Es begab sich«, erzählte nun Willibald, »dass vor einiger Zeit ein junges Meisterlein von der ehrsamen Schneiderzunft seiner Hochzeit feierte. Es ging dabei hoch her, Bässe schnurrten, Trompeten schmetterten durch die Gasse. Mit rechter Wehmut sah des Herrn geheimen Rats bedienter Johann zu den erleuchteten Fenstern herauf, das Herz wollte ihm springen, wenn er unter den tanzenden Jättchens Tritte zu vernehmen glaubte, die, wie er wusste, auf der Hochzeit war. Als nun aber Jättchen wirklich zum Fenster herausguckte, da konnte er es nicht länger aushalten, er lief nach Hause, warf sich in seinen besten Start und ging keck herauf in den Hochzeitssaal. Er wurde wirklich zugelassen, freilich unter der schmerzlichen Bedingung, dass im Tanz jeder Schneider vor ihm den Vorzug haben sollte, wodurch er freilich auf die Mädchen angewiesen wurde, mit denen, ob ihrer Hässlichkeit oder sonstigen Untugenden, niemand tanzen mochte. Jättchen war auf alle Fälle versagt, aber, so wie sie den Geliebten sah, vergaß sie alles, was sie versprochen, und der beherzte Johann stieß das dünnleibige Schneiderlein, das ihm Jättchen abtrotzen wollte, zu Boden, das es über und über purzelte. Dies gab das Signal zum allgemeinen Aufstande. Johann wehrte sich wie ein Löwe, Rippenstöße und Ohrfeigen nach allen Seiten austeilend, doch er musste der Menge seiner Feinde erliegen und wurde auf schmähliche Weise von Schneidergesellen die Treppe herabgeworfen. Voll Wut und Verzweiflung wollte er die Fenster einwerfen, er schimpfte und fluchte. Da kam Max, der nach Hause ging, des Weges und befreite den unglücklichen Johann aus den Händen der Scharwacht, die eben über ihn herzufallen im Begriff stand. Nun klagte Johann sein Unglück und wollte durchaus nicht abstehen von tumultarischer Rache, doch gelang es endlich dem klügern Max, ihn zu beruhigen, wie wohl nur unter dem Versprechen, dass er sich seiner annehmen und die ihm geschehene Unbill so rächen wolle, dass er ganz gewiß zufrieden sein werde. Willibald hielt plötzlich ein. Nun, nun und weiter. Eine Schneiderhochzeit, ein Liebespaar, Prügel, was soll das dann werden? So rief es von allen Seiten. Erlauben Sie, fuhr Willibald fort, erlauben Sie, hochzuverehrende, zu bemerken, dass, um mit dem berühmten Weberzettel zu reden, in dieser Komödie von Johann und Jettchen Dinge vorkommen, die nimmermehr gefallen werden. Es könnte sogar wieder den feinsten Anstand gesündigt werden. Sie werden's schon einzurichten wissen, lieber Herr Willibald, sprach die alte Stiftsrätin von Krein, indem sie ihn auf die Schulter klopfte. Ich für meinen Teil kann einen Puff vertragen. Der Schreiber Max, erzählte Willibald weiter, setzte sich andern Tags hin, nahm ein großes, schönes Blatt Wellenpapier, Bleifeder und Tusche und zeichnete mit der vollendetsten Wahrheit einen großen, stattlichen Ziegenbock hin. Die Physiognomie dieses wunderbaren Tieres gab jedem Physiognomen reichlich Stoff zum Studium. In dem Blick der geistreichen Augen lag etwas Überschwängliches, wie wohl um das Maul und um den Bart herum einige Konvulsionen zitternd zu spielen schienen. Das Ganze zeugte von innerer unaussprechlicher Qual. In der Tat war auch der gute Bock beschäftigt, auf eine sehr natürliche, wie wohl schmerzliche Weise ganz kleine, allerliebste, mit Schere und Bügeleisen bewaffnete Schneiderlein zur Welt zu befördern, die in den wunderlichsten Gruppen ihre Lebenstätigkeit bewiesen. Unter dem Bilde stand ein Vers, den ich leider vergessen, doch irr ich nicht, so hieß die erste Zeile, Ei, was hat der Bock gegessen? Ich kann übrigens versichern, dass dieser wunderbare Bock, genug, genug, riefen die Damen, genug von dem garstigen Tier, von Max, von Max wollen wir hören. Besagter Max, nahm Willi bald das Wort wieder auf, besagter Max gab das wohl ausgeführte und vollkommen geratene Tableau dem gekränkten Johann, der es so geschickt, an die Schneiderherberge anzuheften, wusste, dass einen ganzen Tag hindurch das müßige Volk nicht von dem Bildnis wegkam. Die Straßenjungen schwenkten jubelnd die Mützen und tanzten jedem Schneiderlein, das sich sehen ließ, hinterher und sangen und kreischten gewaltig. Ei, was hat der Bock gegessen? Niemand anders, hat das Blatt gezeichnet, als des geheimen Rats Max, sagten die Maler. Niemand hat die Worte geschrieben, als des geheimen Rats Max, riefen die Schreibmeister, als die ehrsame Schneiderzunft die nötigen Erkundigungen einzog. Max wurde verklagt und sah, da er nicht wohl leugnen konnte, einer empfindlichen Gefängnisstrafe entgegen. Da rannte er voll Verzweiflung zu seinem Gönner, dem General Rixendorf, bei allen Advokaten war er schon gewesen. Die runzelten die Stirn, schüttelten die Köpfe und sprachen von hartnäckigem Ableugnen und so weiter, was dem ehrlichen Max nicht wohl gefiel. Der General sprach dagegen, du hast einen dummen Streich gemacht, lieber Sohn. Die Advokaten werden dich nicht retten, aber ich, und bloß darum, weil in deinem Bilde, das ich bereits gesehen, korrekte Zeichnung und verständige Anordnung ist. Der Bock als Hauptfigur hat Ausdruck und Haltung, so wie die bereits auf dem Boden liegenden Schneider eine gute Pyramidalgruppe bilden, die reich ist, ohne das Auge zu verwirren. Sehr weise hast du den im Schmerz der Quetschung sich hervorarbeitenden Schneider wieder als Hauptfigur der Unterngruppe behandelt, in seinem Gesicht liegt laokoontisches Weh. Ebenso rühmlich ist es, dass die fallenden Schneider nicht etwa schweben, sondern wirklich fallen, wie wohl nicht aus dem Himmel. Manche zu gewagte Verkürzungen sind recht hübsch durch die Bügeleisen maskiert. Auch hast du mit reger Fantasie die Hoffnung neuer Geburten angedeutet. Die Damen fingen an, ungeduldig zu murmeln, und der Goldstoffene lispelte, aber Maxens Prozess verehrter. Indessen, nimm es nicht übel, sprach der General, so fuhr Willi bald fort, die Idee des Bildes ist nicht die deinige, sondern uralt, doch das ist es eben, was dich rettet. Mit diesen Worten kramte der General in seinem alten Schreibschranke, holte einen Tabaksbeutel hervor, auf dem sich Maxens Gedanke sauber und zwar beinahe ganz nach Maxens Weise ausgeführt befand, überließ denselben seinem Liebling zum Gebrauch, und nun war alles gut. Wie das, wie das, rief alles durcheinander, aber die Juristen, die sich in der Gesellschaft befanden, lachten laut. Und der Geheimrat Fürth, der unterdessen auch hineingetreten war, sprach lächelnd, er leugnete den Animum in Juriandi, die Absicht zu beleidigen, und wurde freigesprochen. Will so viel heißen, fiel Willibald ihm in die Rede, als dass Max sprach, »Ich kann nicht leugnen, dass das Bild von meiner Hand ist. Absichtslos und ohne irgend die von mir so hoch verehrte Schneiderzunft kränken zu wollen, kopierte ich das Blatt nach dem Original, das ich hier mit diesem Tabaksbeutel, der dem General Rixendorf, meinem Lehrer in der Zeichenkunst gehörte überreiche. Einige Variationen habe ich meiner schaffenden Fantasie zu danken. Das Bild ist mir aus den Händen gekommen. Ich habe es weder jemandem sonst gezeigt, noch gar etwa angeheftet. Über diesen Umstand, in dem allein die Injurie liegt, erwarte ich den Nachweis. Diesen Nachweis ist die ehrsame Schneiderzunft schuldig geblieben und Max heute freigesprochen worden. Daher sein Dank, seine unmäßige Freude. Man fand allgemein, dass doch die halbwahnsinnige Art und Weise, wie Max seinen Dank geäußert, durch die erzählten Umstände nicht ganz motiviert werde. Nur die Geheimrätin Fürth sprach mit bewegter Stimme. Der Jüngling hat ein leicht wunderbares Gemüt und ein zarteres Ehrgefühl als je ein anderer. Körperliche Strafe erdulden zu müssen, hätte ihn elend gemacht, ihn auf immer von G vertrieben. Vielleicht fiel Willibald ein. Liegt hier noch etwas ganz Besonderes im Hintergrunde? So ist es, lieber Willibald, sprach Rixendorf, der hereingetreten war und die Worte der geheimen Rätin vernommen hatte. So ist es und will es Gott, so soll sich bald alles recht hell und fröhlich aufklären. Clementine fand die ganze Geschichte sehr unzart. Nanette dachte gar nichts, aber Julie war sehr heiter geworden. Jetzt ermunterte Reutlinger die Gesellschaft zum Tanze. Sogleich spielten vier Theobristen, unterstützt von ein paar Zinken, Violinen und Bessen, eine pathetische Sarabande. Die Alten tanzten, die Jungen schauten zu. Der Goldstoffne zeichnete sich aus durch zierliche und gewagte Sprünge. Der Abend ging ganz heiter hin, so auch der andere Morgen. Wie gestern sollte auch heute Konzert und Ball den festlichen Tag beschließen. Der General Rixendorf saß schon am Flügel, der Goldstoffne hatte die Theorbe im Arm, die geheime Rätin Förd die Partie in der Hand. Man wartete nur auf die Rückkehr des Hofrats Reutlinger. Da hörte man im Garten ängstlich rufen und sah die Bedienten herausrennen. Bald trugen sie den Hofrat mit geisterbleichem, entstelltem Gesicht herein. Der Gärtner hatte ihn unweit des Herzpavillons in tiefer Ohnmacht auf der Erde liegend gefunden. Mit einem Schrei des Entsetzens sprang Rixendorf auf vom Flügel. Man eilte herbei mit spirituösen Mitteln. Man fing an, dem Hofrat, der auf einem Kanapé lag, die Stirne mit kölnischem Wasser zu reiben. Der türkische Gesandte stieß aber alle zurück, indem er unaufhörlich rief, Zurück, zurück, ihr unwissenden, ungeschickten Leute! Ihr macht mir den kerngesunden muntern Hofrat nur matt und elend. Damit schleuderte er seinen Turban über alle Köpfe weg in den Garten hinein, den Pelz hinterher. Nun beschrieb er mit der flachen Hand seltsame Kreise um den Hofrat, die enger und enger werdend zuletzt beinahe Schläfe und Herzgrube berührten. Dann hauchte er den Hofrat an, der sogleich die Augen aufschlug und mit matter Stimme sprach, Äxter, du hast nicht gut getan, mich zu wecken. Die dunkle Macht hat mir den nahen Tod verkündet, und vielleicht war es mir vergönnt, in dieser tiefen Ohnmacht hineinzuschlummern in den Tod. Possen, Träumer, rief Äxter, deine Zeit ist noch nicht gekommen, schau dich nur um, Herr Bruder, wo du bist, und sei fein munter, wie es sich schickt. Der Hofrat wurde nun gewahr, dass er sich im Saal in voller Gesellschaft befand. Er erhob sich rüstig vom Cannabee, trat in die Mitte des Saales und sprach mit anmutigem Lächeln. Ich gab Ihnen ein böses Schauspiel, Verehrte, aber an mir lag es nicht, dass das ungeschickte Volk mich gerade in den Saal trug. Lassen Sie uns über das störende Intermezzo schnell hinweggehen, lassen Sie uns tanzen. Die Musik begann sofort, aber als sich alles in der ersten Menuet pathetisch wandte und drehte, verschwand der Hofrat mit Äxter und Rixendorf aus dem Saal. Als sie in ein entferntes Zimmer gekommen, warf sich Reutlinger erschöpft in einen Lehnsessel, hielt beide Hände vors Gesicht und sprach mit von Schmerz gepresster Stimme. Oh, meine Freunde, meine Freunde. Äxter und Rixendorf vermuteten mit Recht, dass irgendetwas Entsetzliches den Hofrat erfasst haben müsse und dass er sich jetzt darüber erklären werde. Sag's nur heraus, alter Freund, sprach Rixendorf, sag's nur heraus, dir ist, Gott weiß, auf welche Weise Schlimmes im Garten begegnet. Aber fiel Äxter ein, ich begreife gar nicht, wie dem Hofrat heute und überhaupt in diesen Tagen Schlimmes begegnen konnte, da eben jetzt sein siderisches Prinzip reiner und herrlicher sich gestaltet als jemals. Doch, doch, fing der Hofrat mit dumpfer Stimme an, Äxter, es ist bald aus mit uns, der kecke Geisterseher klopfte nicht ungestraft an die dunklen Pforten. Ich wiederhole es dir, dass die geheimnisvolle Macht mich hinter den Schleier schauen ließ, der nahe, vielleicht grässliche Tod ist mir verkündet. So erzähle nur, was dir geschah, fiel Rixendorf ihm ungeduldig in die Rede. Ich wette, dass alles auf eine wunderliche Einbildung hinausläuft. Ihr verderbt euch beide das Leben mit euren Fantastereien, du und Äxter. So vernehmt es denn, fuhr der Hofrat fort, indem er aufstand, vor dem Lehnstuhl und zwischen beide Freunde trat, so vernehmt es denn, was mich vor Entsetzen und Graus in tiefe Ohnmacht warf. Ihr hattet euch schon alle in dem Saal versammelt, als ich, selbst weiß ich nicht wodurch, angetrieben wurde, noch einsam einen Gang durch den Garten zu machen. Unwillkürlich lenken sich meine Schritte nach dem Wäldchen. Es war mehr, als höre ich ein leises, hohles Pochen und eine leise klagende Stimme. Die Töne schienen aus dem Pavillon zu kommen. Ich trete näher, die Tür des Pavillons steht offen. Ich erblicke mich selbst, mich selbst, aber so, wie ich war vor dreißig Jahren, in demselben Kleide, das ich trug an jenem verhängnisvollen Tage, als ich in trostloser Verzweiflung mein elendes Leben enden wollte, als Julie wie ein Engel des Lichts mir erschien im bräutlichen Schmuck. Es war ihr Hochzeitstag, die Gestalt. Ich, ich lag auf dem Boden vor dem Herzen und darauf klopfend, dass es hohl wiederhallte, murmelte ich, nie, nie kannst du dich erweichen, du steinernes Herz. Reglos starrte ich hin, wie der eiskalte Tod rannte es durch meine Adern. Da trat Julie, bräutlich geschmückt, in voller Pracht, der blühendsten Jugend aus den Gebüschen hervor und streckte voll süßen Verlangens die Arme aus, nach der Gestalt, nach mir, nach mir, dem Jünglinge. Bewusstlos stürzte ich zu Boden. Der Hofrat sank halb ohnmächtig in den Lehnstuhl zurück, aber Rixendorf fasste seine beiden Hände, rüttelte sie und rief mit starker Stimme, das saßt du, das saßt du, Bruder, weiter nichts. Viktoria lass ich schießen aus deinen japanischen Kanonen, mit deinem nahen Tode, mit der Erscheinung ist es nichts, gar nichts. Ich rüttle dich auf aus deinen bösen Träumen, damit du genesen und noch lange leben mögest auf Erden. Damit sprang Rixendorf schneller, als es sein Alter zuzulassen schien, zum Zimmer heraus. Der Hofrat hatte wohl wenig von Rixendorfs Worten vernommen, er saß da mit geschlossenen Augen. Ekster ging mit großen Schritten auf und ab, runzelte missgünstig die Stirn und sprach, ich wette, der Mensch will wieder alles auf gewöhnliche Manier erklären, aber das soll ihm schwer werden, nicht wahr, Hofrädchen? Wir verstehen uns auf Erscheinungen. Ich wollte nur, ich hätte meinen Turban und meinen Pelz. Dies wünschend pfiff er sehr stark auf einer kleinen silbernen Pfeife, die er beständig bei sich trug, und sogleich brachte auch ein Moor aus seinem Gefolge beides, Turban und Pelz. Bald darauf trat die Geheimerätin Fört hinein, ihr folgte der Geheimerat mit Julian. Der Hofrat raffte sich auf, und in den Versicherungen, das ihm wieder ganz wohl geworden, wurde er es wirklich. Er bat des ganzen Vorfalls zu vergessen, und eben wollten alle bis auf Ekster, der sich in seiner türkischen Kleidung aufs Sofa gestreckt und aus einer übermäßig langen Pfeife, deren Kopf auf Räder gestellt am Boden hin und her schurrte, Tabak schmauchte und Kaffee trank, in den Saal zurückkehren, als die Tür aufging und Rixendorf hastig hereintrat. An der Hand hielte einen jungen Menschen in alt-tartarischer Kleidung. Es war Max, bei dessen Anblick der Hofrat erstarrte. Sieh hier, dein Ich, dein Traumbild hub Rixendorf an. Es ist mein Werk, das mein trefflicher Max hier blieb und von deinem Kammerdiener aus deiner Garderobe Kleider empfing, um gehörig kostümiert erscheinen zu können. Er war es, der im Pavillon an dem Herzen kniete. Ja, an deinem steinenden Herzen, du harter, unempfindlicher Ohrheim, kniete der Neffe, den du unbarmherzig verstießest, einer träumerischen Einbildung halber. Verging sich der Bruder schwer gegen den Bruder, so hatte er es längst gebüßt mit dem Tode im tiefsten Elend. Da steht die vaterlose Weise, dein Neffe. Max, wie du geheißen, dir ähnlich an Leib und Seele wie der Sohn dem Vater. Tapfer hielt sich der Knabe, der Jüngling auf den Wellen des brausenden Lebensstroms empor. Da, nimm ihn auf, erweiche dein hartes Herz, reiche ihm die wohltätige Hand, dass er eine Stütze habe, wenn zu sehr der Sturm auf ihn einbricht. In demütiger, gebeugter Stellung, heiße Tränen in den Augen, hatte sich der Jüngling dem Hofrat genähert. Er stand da, geisterbleich mit blitzenden Augen, den Kopf stolz in die Höhe geworfen, stumm und starr, aber so wie der Jüngling seine Hand erfassen wollte, wich er, ihn mit beiden Händen von sich abwehrend, zwei Schritte zurück und rief mit fürchterlicher Stimme, »Verruchter! Willst du mich morden? Fort aus meinen Augen! Ja, du spielst mit meinem Herzen! Mit mir! Und auch du, Rixendorf, verschworen zum läppischen Puppenspiel, das ihr mir auftischt! Fort! Fort aus meinen Augen! Du! Du, der du zu meinem Untergange geboren! Du Sohn des schändlichsten Ver...« »Halt ein!« brach Max plötzlich los, in dem Zorn und Verzweiflung glühende Blitze aus seinen Augen schossen. »Halt ein, unnatürlicher Ohheim! Herzloser, unnatürlicher Bruder! Schuld auf Schuld! Schande und Schmach hast du auf meines armen, unglücklichen Vaters Haub gehäuft, der verderblichen Leichtsinn aber nie Verbrechen in sich hegen konnte. Ich wahnsinniger Tor, dass ich glaubte, jemals dein steinernes Herz rühren, jemals mit Liebe dich umfangend, meines Vaters vergehen, sühnen zu können. Elend, verlassen von aller Welt, aber an der Brust eines Sohnes hauchte mein Vater sein mühseliges Leben aus. Max, sei brav, sühne den unversöhnlichen Bruder, werde sein Sohn. Das war das Letzte, was er sprach. Aber du verwirfst mich, so wie du alles verwirfst, was sich dir naht mit Liebe und Ergebung, während der Teufel selbst dich mit trügerischen Träumen umgaukelt. Nun, so stirb denn einsam und verlassen. Mögen habsüchtige Diener auf deinen Tod lauern und sich in die Beute teilen, wenn du kaum die lebensmüden Augen geschlossen. Statt der Seufzer, statt der trostlosen Klagen derer, die dir mit treuer Liebe bis in den Tod anhängen wollten, magst du sterbend das Hohngelächter, die frechen Scherze der Unwürdigen hören, die dich pflegten, weil du sie bezahltest mit schnödem Golde. Niemals, niemals siehst du mich wieder. Der Jüngling wollte zur Türe hinausstürzen. Da sank Julie laut schlurzend nieder. Schnell sprang Max zurück, fing sie in seinen Armen auf und heftig sie an seine Brust drückend, rief er mit dem herzzerreißenden Ton des trostlosen Jammers. Oh, Julie, Julie! Alle Hoffnung ist verloren. Der Hofrat hatte dagestanden, zitternd an allen Gliedern, sprachlos. Kein Wort konnte sich entwinden den bebenden Lippen. Doch als er Julien in Maxens Armen sah, schrie er laut auf wie ein Wahnsinniger. Er ging mit starkem, kräftigem Schritt auf sie los, er riß sie von Maxens Brust hinweg, hob sie hoch in die Höhe und frug, kaum vernehmbar. Liebst du diesen Max, Julie? Wie mein Leben, erwiderte Julie, voll tiefen Schmerzes, wie mein Leben. Der Dolch, den sie in sein Herz stoßen trifft, auch das meine. Da ließ sie der Hofrat langsam herab und setzte sie behutsam nieder in einen Lehnstuhl. Dann blieb er stehen, die gefalteten Hände an die Stirn gedrückt. Es war totenstill ringsum her. Kein Laut, keine Bewegung der Anwesenden. Dann sank der Hofrat auf beide Knie. Lebensröte im Gesicht, helle Tränen in den Augen hob er das Haupt empor. Beide Arme hoch ausgestreckt zum Himmel sprach er leise und feierlich. Ewig waltende, unerforschliche Macht dort oben. Das war dein Wille. Mein verworrenes Leben nur der Keim, der im Schoß der Erde ruhend den frischen Baum empor treibt mit herrlichen Blüten und Früchten. Der Hofrat verhüllte sein Gesicht. Man vernahm sein Weinen. So dauerte es einige Sekunden. Dann sprang der Hofrat plötzlich auf, stürzte auf Max, der wie betäubt da stand, los, riß ihn an seine Brust und schrie wie außer sich. Du liebst, Julian. Du bist mein Sohn. Nein, mehr als das. Du bist ich. Ich selbst. Alles gehört dir. Du bist reich, sehr reich. Du hast ein Landgut, Häuser, bares Geld. Lass mich bei dir bleiben. Du sollst mir das Gnadenbrot geben in meinen alten Tagen, nicht wahr? Du tust das. Du liebst mich ja, nicht wahr? Du musst mich ja lieben. Du bist ja ich selbst. Scheue dich nicht vor meinem steinernen Herzen. Drücke mich nur fest an deine Brust. Deine Lebensimpulse erweichen ja alles. Max, Max, mein Sohn, mein Freund, mein Wohltäter. So ging es fort, dass allen vor diesen Ausbrüchen des überreizten Gefühls bange wurde. Rixendorf, dem besonnenen Freunde, gelang es endlich, den Hofrat zu beschwichtigen, der ruhiger geworden, nun erst ganz einsah, was er an dem herrlichen Jünglinge gewonnen und mit tiefer Rührung gewahrte, wie auch die geheime Räten Fört in der Verbindung ihrer Julie mit Reutlingers Neffen das neue Aufkeimen einer alten, verlorenen Zeit erblickte. Großes Wohlgefallen äußerte der geheime Rat, der viel Tabak schnupfte und sich in wohlgestelltem, rationell ausgesprochenem Französisch darüber ausließ. Zuvörderst sollten nun Juliens Schwestern von dem Ereignis benachrichtigt werden, die waren aber nirgends aufzufinden. Nanettens halber hatte man schon in allen großen japanischen Vasen, die in dem Vestibül herumstanden, nachgesehen, ob sie, zu sehr sich über den Rand beugend, vielleicht hineingefallen war, aber vergebens. Endlich fand man die Kleine unter einem Rosenbüschchen eingeschlafen, wo man sie nur nicht gleich bemerkt, und ebenso holte man Clementinen in einer entfernteren Allee ein, wo sie dem entfliehenden blonden Jüngling, dem sie vergebens nachgesetzt, eben mit lauter Stimme nachrief, »Oh, der Mensch sieht es oft spät ein, wie sehr er geliebt wurde, wie vergesslich und undankbar er war und wie groß das verkannte Herz.« Beide Schwestern waren etwas missmutig über die Heirat der Jüngern, wie wohl viel schöneren und reizenderen Schwester, und vorzüglich rümpfte die schmähsüchtige Nanette das kleine Stülpnäschen. Rixendorf nahm sie aber auf den Arm und meinte, sie könnte wohl einmal einen viel vornehmeren Mann mit einem noch schöneren Gute bekommen. Da wurde sie vergnügt und sang wieder »Amené vos troupeaux bergères«. Clementine sprach aber sehr ernst und vornehmen. »In der häuslichen Glückseligkeit sind die Windstillen, zwischen vier engen Wänden vorgetriebenen, bequemen Freuden nur der zufälligste Bestandteil, ihr Nerven und Lebensgeist sind die lodernden Nafta-Quellen der Liebe, die aus den verwandten Herzen ineinander springen.« Die Gesellschaft im Saal, die schon Kunde bekommen von den wunderlichen, aber fröhlichen Ereignissen, erwartete mit Ungeduld das Brautpaar, um mit den gehörigen Glückwünschen losfahren zu können. Der Goldstoffne, der am Fenster alles angehört und angeschaut, bemerkte schlau, »Nun weiß ich, warum der Ziegenbock dem armen Max so wichtig war. Hätte er einmal im Gefängnis gesteckt, so war durchaus an keine Aussöhnung zu denken.« Alles applaudierte dieser Meinung, wozu Willi bald die Lösung gab. Schon wollte man fort aus dem Nebenzimmer in den Saal, als der türkische Gesandte, der so lange auf dem Sofa geblieben, nichts gesprochen, sondern nur durch Hin- und Herrutschen und durch die seltsamsten Grimassen seine Teilnahme zu erkennen gegeben hatte, wie toll aufsprang und zwischen die Brautleute fuhr. »Was? Was?« rief er. »Nun gleich heiraten, gleich heiraten? Deine Geschicklichkeit, deinen Fleiß in Ehren, Max, aber du bist ein Kick in die Welt, ohne Erfahrung, ohne Lebensklugheit, ohne Bildung. Du setztest deine Füße einwärts und bist grob in deinen Redensarten, wie ich vorhin vernommen, als du deinen Ohrheim, den Hofrat Reutlinger, du nanntest. Fort in die Welt, nach Konstantinopel, da lernst du alles, was du brauchst fürs Leben. Dann kehre wieder und heirate getrost mein liebesholdes Kind, das schöne Julchen.« Alle waren ganz erstaunt über Ecksters seltsames Begehren. Der nahm aber den Hofrat auf die Seite. Beide stellten sich gegenüber, legten einander die Hände auf die Achseln und wechselten einige arabische Worte. Darauf kam Reutlinger zurück, nahm Maxens Hand und sprach sehr mild und freundlich. »Mein lieber guter Sohn, mein teurer Max, tue mir den Gefallen und reise nach Konstantinopel. Es kann höchstens sechs Monate dauern. Dann richte ich hier die Hochzeit aus. Aller Prostetationen, der Braut unerachtet, musste Max fort nach Konstantinopel.« Nun könnte ich, sehr geliebter Leser, wohl füglich meine Erzählung schließen. Denn du magst es dir vorstellen, dass Max, nachdem er aus Konstantinopel, wo er die Marmorstufe, wohin der Seehund extern das Kind apportiert, nebst vielem anderen Merkwürdigkeiten geschaut hatte, zurückgekehrt war. Aber wirklich Julien heiratete? Und verlangst wohl nicht noch zu wissen, wie die Braut geputzt war und wie viele Kinder das Paar bis jetzt erzeugt hat? Hinzusetzen will ich nur noch, dass am Tage Marie Geburt des Jahres 1800 Max und Julie einander gegenüber im Pavillon bei dem roten Herzen knieten. Häufige Tränen fielen auf den kalten Stein, denn unter ihm lag das, ach, nur zu oft blutende Herz des wohltätigen Ohrheims. Nicht um des Lord Horions Grabmal nachzuahmen, sondern weil er des armen Onkels ganze Lebens- und Leidensgeschichte darin angedeutet fand, hatte Max mit eigener Hand die Worte in den Stein gegraben. Es ruht.